Yo Leute und herzlich willkommen zu einem Video von mir Heute werden wir uns Jjiggy featuring Gamerbrother Feverhymne Uns anhören anschauen Was auch immer wie immer Aber zuerst Jungs und Bens Wer von euch kennt dieses Meme oder Dieses Video Alter ich hab mich kaputt gelacht Alter wir müssen es so anschauen weil sonst seht ihr nichts wegen meiner Facecam Oh Gott Oh Gott Sherlide Rebecca Jiren Und nicht vergessen alle Toilet Wir hatten Warum hat jemand nicht wissen wie wir ein Toilet flaschen nachdem sie eine Scheiße hatten Häh? Häh? Woher ist das denn? Häh? 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 Gott Jetzt kann mich das einkriegen auf diesem Video Schreibt es mal unten in die Kommentare rein Es hat 1,3 Millionen aufruft Naja Geh mal Browski Wir kommen zu dir Häh? 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 Ich höre nur Musik Heißt Ich kenn mich gar nicht aus mit dem Hintergrund Wie man Musik macht Was man macht Bla 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 Ja Aber bis jetzt gefällt es mir gut Und schreibt mir auch in die Kommentare rein Wer spielt FIFA Ich hab's früher mal gespielt Fieber 14er Aber Ja Wer zahlt nicht mehr Häh? 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 Es ist so ne gute Laune song irgendwie Also ich... Keine Ahnung Aber es klingt nice ja Tatsächlich Wirklich, ja. Ich habe vielleicht 100 Coins, da kannst du 200 FIFA Points haben und du hast mehr als ich. Ich habe mich nicht mehr auf FIFA. Jede Weekend League gönne ich mir Bros die Leid. Parallel mache ich die Blaisiano-Talk dabei. Unter Pult steig ich, werd immer hektischer. Oh nein, fast er dich gefetzingert. Doch ich bleib konfisziert, wenn ich bin. Ja, das klingelt. Grün ist ein Finish. Da hilft ja auch kein Riesentorwart. Kein Riesentorwart. Wie Thibaut Courtois. Kein Innenverteidiger, der schnell rennen kann. Der schnell rennen kann, wie Raphael Varane. Siehe, sei mir, ist ganz egal, was du für ein Team machst. Ich mach dich mit Linksblatt, wie Antoine Griezmann. Warum ich will die Top 100 kommt, denn dafür spiel ich zu schlecht. Wie easy Shubase. Das ist Gamer, brother. Das ist Jiggy J. Das ist EA Sports. Wir sind in the game. Boah, ist aber schon... Save so FIFA-Leute und gönnen sich das Todes, Alter. Klar, man kann es ja auch gönnen, hört sich ja auch gut an, aber ist das nicht FIFA-Spieler? Oder ehemaliger FIFA-Spieler? Boah. Aber er hört sich echt gut an. Ich spiel kein anderes Game. Ich spiel nur FIFA-Ole. Die Kriegertrophäne in meinem Spielerporträt. Ich spiel kein anderes Game. Ich spiel nur FIFA-Ole. Ich spiel nur FIFA-Ole. FIFA-Ole. Ich spiel kein anderes Game. Ich spiel nur FIFA-Ole. Oh Gott. Oh Gott. Oh, hat er gerade gedappt? Das ist auch schon cringe. Ja. Fand ich echt gut. Also man kann sich den Song mal gönnen, ne. Soll ich nicht. Ja, wenn ihr das ohne meine Reaktion sehen wollt, könnt ihr das gerne, denn das Video ist wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Genauso wie Jay und Gamer Broski, wenn ihr sie mal abchecken wollt. Genauso, ihr könnt mich auch abonnieren, das ist kostenlos. Ein Like da lassen und bitte in die Kommentare reinschreiben, ob ihr FIFA 19 zockt oder nicht und ja, wie ihr Gamer Broski feiert, ne. Und dann würde ich sagen, haut rein. Tschö, Mütte. Und wir sehen uns nächstes Mal. Peace. Pssst. Vielen Dank.